halli hallo meine lieben und herzliche willkommen zurück so wir haben hier jetzt etwas interessantes herausgefunden und ich muss ganz ehrlich sagen ich möchte eigentlich noch viel viel mehr erkunden aber ich denke da geht es gleich wieder weg hier habe ich noch ein fragezeichen das muss ich einfach noch mir angucken bevor wir dann hier wieder weg sind hier sind natürlich ziemlich viele fragezeichen aber ich bin ja jetzt gerade hier sowieso in der nähe und dann ja ich denke mal das wird ja sowieso nicht aufhören gut wir gucken mal vielleicht kommen wir ja auch sowieso mit da muss ich hier runter irgendwie vielleicht kommen wir ja sowieso im laufe unserer aufgaben dorthin das weiß ich ja nicht und wir haben hier ein lager das ist schon mal perfekt können hier ein lager errichten das heißt wir können hier hinreisen und von hier aus auch wieder fort reisen da haben wir irgendwie monster das natur stecke ich mal direkt ein gucke ich hier noch mal einmal ein bisschen rum sind einige monster sollen wir sie uns packen ja nur so kann man natürlich auch auf oder so ich habe gar kein Nimmst du mal einmal, ach, mir hat in dem Moment, genau in dem Moment, hat mich eine scheiß Mücke angeflogen. Falls ihr wieder irgendwie was hört im Hintergrund, irgendwas schnarchen oder schlabbern oder hecheln, das ist der Welpe. Ja gut, da sind die anderen Monster noch, ich würde die jetzt auch noch platt machen wollen. So, jetzt kommen wir noch hier, ach so, sie hat schon, sie ist gut, sie ist wirklich gut und flink, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl sie vorhin in der Arena so geschwächelt hat. So. 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 Echt gut! Wirklich gut! Teilweise ist das schwer besser als unsere eigenen magischen Fähigkeiten. Ob so, das wollte ich gar nicht. Hier geht es natürlich dann hoch. So, jetzt haben wir hier das Gebiet fertig. Wir können da reisen, reisen, reisen. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Achso. Jetzt muss man nach unserem Quest gucken. Heilung für den Malikor. Alte Länder in einer neuen Welt trifft sich der Länge her. Sprich mit Konstantin über die uralten Ruinen. Genau. Aber wir haben Nebenmissionen gekriegt. Erkundung und Kategorafie. Schlager in Lager auf. Da haben wir. Den Fußstapfen von Professor Seraphilien. Finde die Notiz des Professors. Okay. Kinder von Tieraufschwimmel und Händler. Bitte den Verwalter Manfred um mehr Informationen. Trifft dich mit Ulan, den Häuptling von. Okay. Kommt zwei Tage später wieder. Einen Tag und eine Stunde nur noch. Champion der Arena. Ja. Kurz Quest. Was kurz? Genau. Finde die Königin. Sprich mit Siora, um ihr bei der Suche nach ihrer Mutter zu helfen. Okay. Hm. Dann haben wir jetzt soweit an sich eigentlich gar nichts. Wir können jetzt wirklich nur noch so reisen. Alles ist ja sowieso auf dem Weg, dass wir nach Sirenen müssen. Dann würde ich... ...das bis dahin auch machen. Also wir müssen wegen Kurt sowieso nach Sirenen. Wegen Vasco müssen wir nach Sirenen. Und Siora weiß ich jetzt nicht. Aber wir müssen da sowieso noch einiges erledigen. Also tun wir jetzt erstmal schlafen. Aber wir können reisen. Ich weiß gar nicht. Schlafen. Wenn wir jetzt schlafen bis zur Abenddämmerung. Das wäre ja Blödsinn. Ähm. Gefährten versammeln. Genau. Schön. So. Sprich mit Vasco. Sprich mit Siora. Wir hören uns erstmal an, was sie zu sagen hat. Wir machen erst Kurt. Wasco ist definitiv hier in der Gruppe. Vasco... Ich nehme Vasco jetzt mit. Wen habe ich denn jetzt drinne? Ach so. So. Ach jetzt müssen wir da treu... Ich dachte wir könnten da jetzt hinreisen. Das ist ja bescheuert. Äh. Ich glaube Nordstraße. Ja, wir reisen. Ach so, ja. Wir müssen ja einmal halten. Vasco, Siora. Genau. Die haben alle noch irgendwie was zu labern hier mit mir. Aber wir wollen weiter. Mal gucken mal, hier haben wir jemanden liegen gelassen. Ja, dann wollen wir doch mal erstmal die Aufgabe hier erledigen. Von Kurt. Es steht ja auch teilweise gar kein Level da, ne? Glaube ich zumindest, oder? So, jetzt sind wir erstmal wieder hier. Und die muss hier sein, die Rekrutin. Habe ich gehört. Da ist er doch. Nach einer formellen Vorstellung fragen, nach Ihren Auftrag fragen, die Sache mit Rainer ansprechen, nach einer formellen Vorstellung fragen. 畢chen und Anwendung, Soldaten. Rekruti, erste Klasse, Blue Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. Der Blü-Silver Regiment ist von Männern, die für die Kongregation von Merchants zu servieren. Ich bin einer von ihnen. Und die VIII-Führung wurde zum Tier für D, mit zwei anderen Unternehmen geöffnet. Was ist noch etwas, Excellency? Was ist deine Aufgabe? Maintain die Verordnung in der Stadt, Excellency. Was ist noch etwas, Excellency? Ich bin der Soldaten, Rainer. Ist er in der Barriks? Ich habe das nie gehört, Kapitän. Ich habe das nie gehört, Kapitän. Das ist verrückt. Ich bin sicher, dass er hier war. Vielleicht hat er sich geöffnet seitdem. Wenn war das letzte Mal, dass du von ihm gehört hast? In Serene. Juste vor unserer Departung. Aber das ist schon ein paar Monate. Wenn ich bitte, Kapitän, soll ich ein Wort mit der Quartermaster? Das ist richtig, Kapitän. Er hat eine Registung mit den Affecten von allen Rekruten in der Blü-Silver Regiment. Was ist noch etwas, Excellency? Das wird alles. Ja, dann sprechen wir natürlich mit dem Quartiermeister sofort und gucken uns das mal an. Hallo, Herr Excellency. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen von meinen Rekruten geschaut. Er ist mit dem Namen Rainer. Ich würde ihn für seine Excellency treffen. Rainer? Ich bin sorry, Kurt. Ich dachte, dass du dich informiert hast. Informiert? Was? Er ist tot. Er wurde gefunden. Er wurde in der Port-Harbüse in der Brü-Silver. Ich habe gesagt, dass er zu viel zu essen hat. Ich bin sehr sorry, Kurt. Die junge Menschen essen mehr als sie können, wenn sie auf dem Weg gehen. Das ist bollocks. Das ist ein Mann nicht der Mann, der sich mit einem Gehreinchen zu schützen. Ich glaube nicht. Menschen verändern. Wenn sie weg von Hause sind, die Mannen haben nichts mehr zu tun. Ich glaube nicht. Die Leichen-Schauhaus ist irgendwo hier unten. Das wird auf jeden Fall so angezeigt, als wenn es hier unten irgendwo wäre. Ich brauche eine Treppe. Da. Treppe, 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 Treppe. Das ist äußerst seltsam, aber... Okay. 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 Der Junge. Der Junge ist immer noch in eine Gefahr. Kurt, ist das dein Trainer? Ja, das ist mein Reiner. Poor Junge. Ich sollte ihn mit seiner Familie, wo er war. Wir müssen den Körper examen, um mehr zu lernen. Ist das alles gut? Er ist nicht der erste junger Mann, mit den Lichter aus seinen Augen. Gehen wir. Ich bin kein Doktor. Aber der Junge scheint nicht zu verraten. Es sieht aus, als ob er gebeten wurde. Es ist auswählend. Der Junge, den ich wusste, hätte ich nie verraten können, bis er in die Baie fallen würde. Ich glaube dir. Ich glaube, dass du gehört. Aber wenn wir es tun wollen, müssen wir mehr Beweise finden. Ich finde Beweise für die Lüge. Äh, jetzt können wir die anderen gar nicht mehr angucken. Okay, schade. Vorläufiger Obduktionsbericht. Es handelt sich um einen jungen Mann unter 20 Jahren. Er hatte mehrere Hämatome auf dem gesamten Körper. Einige davon wurden erst kürzlich zugefügt. Die Unterarmknochen sind gebrochen. Hauptsessionen an den Händen, mehrere gebrochene Rippen. Der Schädel ist eingedrückt, was vermutlich die Todesursache ist. Okay, konfrontiere den Doktor mit seinen Lügen. Das tun wir auch sofort. Ich dachte, er wäre jetzt nicht mehr da. Entschuldigung. 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 Ach mein Gott, die reden genauso miteinander und wie bei Dragon Age. Ich liebe das. Immer so diese kleinen Sachen so, aber was mir so ein bisschen fehlt, sind so diese normalen Sticheleien. Also bis jetzt habe ich nur mitgekriegt, dass sie sich unterhalten, wenn irgendwas jetzt hier in der Quest erfahren wird oder so. Nur sie ihre Meinung halt mitteilen. Mir fehlt noch so ein bisschen der Witz wie bei Dragon Age, aber naja, also dass sie so ab und zu einfach so miteinander reden und sich gegenseitig aufziehen. Also, Herr Excellency. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the sixth or maybe the eleventh before being reassigned to who knows where. Just like that. You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments. And it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? No, thank you. I need to get to the bottom of this mystery green blood. I don't like being taken for a fall. Even if the lieutenant weren't stationed at these barracks, someone here must know where Raina was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Okay, wir müssen jetzt sehr viel rumfragen. Vor allem in der Taverne, wie ich jetzt mitgekriegt habe. Ja, ich muss auch eigentlich nur in die Taverne. Ich kann hier noch was tun. Ah. Oder ist das jetzt hier, ähm, ich gehe einfach mal, ich gehe jetzt mal in die Taverne. Weil ich glaube, wir können ja auch, ähm, hier so dann durch, äh, huschen. Also es ist ja miteinander verbunden, das Gebäude. Ich glaube, deswegen wurde es angezeigt. Eine formelle Vorstellung. Vor allem nach seiner Geschichte fragen. Oh. Mhm. You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? I... Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up four months ago. But at the beginning we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Ja, ich möchte gerne eine formelle Vorstellung. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Alrick. Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? Eine Schnapsflasche, um ihn zu lockern. Okay. Aber wir haben ja hier noch mehr. Excellency. Excellency. I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers in charge of the protection of your cousin's counselors. How can I help you? You said you were responsible for the protection of my cousin's counselors. That's right, Your Excellency. It's my assignment. When I'm not on leave, that is. And what sort of work do you carry out, exactly? Essentially to assure that every one of those prestigious persons is accompanied by a guard. But I also have to follow and verify their personnel. Valets, chambermaids, secretaries. And is everything in order? One of our counselors is an old professor of mine. You know how it is. All is as should be expected, Excellency. Lord de Cassilion is in good hands, rest assured. Anything else? We are investigating the death of a young recruit. A certain Rainer. I've never heard the name before. He's not one of my men. I know. But you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No. We have no idea where it happened. Only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. Nachhaken. Kurt sprechen lassen. Hmm. Wir lassen Kurt mal sprechen. I recruited the lad myself, Lieutenant. And just a while ago I saw his body broken and bruised in the morgue. Someone has been trying to cover this up. To lead us down false trails at every turn. But Rainer deserves justice. I know you have to understand that. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas. I don't know how I can help you. This is the first I've heard about it. Okay. Ich glaube jetzt ihr mal. Fangen wir jetzt mal hier nach. Good day, Lieutenant. M'lady. You're one of the governor's confidants, are you not? Indeed. The Sardé. The governor's legate. My sincere pardon, Excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain. Lieutenant. How can I help you? To which company do you belong? The 8th. We're responsible for city security. Some of the men of this company are under my orders. Charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. When I'm not on leave, that is. Are you also in charge of criminal matters? Investigations? No, Excellency. But an officer of my company is in charge. Anything else? We seek information concerning a young recruit. A certain Rainer. Rainer? Sorry, name isn't familiar to me. It must be with another company. Kurz sprechen lassen. Ich mach mal nachhaken, weil kurz sprechen lassen hab ich ja gerade gemacht. Are you absolutely sure? The young man is dead. His body was found in the bay two days ago. We were told that he had drowned, but we know for a fact he was a victim of an assassination. I did hear talk of a young lad found in the portwaters. That's my sector. But I was told that it was an accident, and I had no reason to doubt it. Are you sure the lad was murdered? Absolutely certain. Beaten to death, to be precise. That's horrible. But I don't know anything about it. Too bad. Thank you all the same. Goodbye, Lieutenant. Okay, dann versuchen wir das jetzt noch mal mit der Flasche. Aber wir können auch, stimmt, wir können ihn mal fragen. I'm looking for information concerning a young recruit going by the name of Rainer. Sorry, there's nothing but soldiers here. With a few sailors. Well, one recruit or another. It's half a dozen of one, six of the other to me. You should just try talking to them yourself. You got yourself quite a selection. Ah, dann versuchen wir das jetzt mal. At your service, m'lady. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that... I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. Then why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell ya. Now then, why don't you tell us what you know about Rainer? Oh, I didn't. I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, er... followed orders. And then, poof! Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean, really quite unhappy. And then Rainer, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you? He won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink, too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Thank you. Er, thank you, Your Excellency. Ja, ich hätte jetzt hier noch ein... Einige befragen können. Aber ich hab's ja jetzt schon gelöst, dementsprechend. Ne, hier geht's zur Arena, da müsste ich so... Ich glaub, ich geh lieber so rum. Ich glaub, ich geh lieber außen rum. Nein! Hallo, Your Excellency. I hope you're having a pleasant time. Very well. Goodbye, soldier. Ich wollte den gar nicht ansprechen. Wir sind Gretchen. Was? Wirklich? Wir sind nicht deswegen hier? Was? Was? Oh, Gott. Mädchen, du bist nicht mal annähernd hübsch, ey. Um dafür, dafür, dass ich dafür zahle. Na, dann versuchen wir das jetzt hier nochmal. Ja, wie gesagt, ich hätte ja jetzt mit dem Damen noch reden können und mit dem noch reden können. Aber warum, wenn ich's denn jetzt auch so rauskriege? Ich glaub, ich muss hier hin. Ich hab immer das Gefühl, wenn ich hier irgendwo reinkomme, dass ich sie dann alle erwische, dass sie eigentlich nichts tun. Das ist nicht so, dass ich hier in der Gretchen. Und ich, ich bin zuständig für die Begründung der Begründung, und die Begründung auf der Pflege. Was noch was? Wir sind ja, um den zuztenen, der einen kleinen Begründung namens Rayner. Wir wissen, dass Rayner in deinem Unternehmen gehört. Und als der Leften in der Gretchen, ihr hattet ihn unter deinen Begründung. Also, stopp mit den Lies. Wir haben schon genug Zeit hier noch. Wir wissen, was sie sagen. Okay, guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you have a captain in front of you. I... I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes, of course. But you have no idea what's been going on here. If word got round that I've been talking, come back after sundown. When there's fewer folk. Very well. We'll be back. Anything else? Thank you, Lieutenant. Farewell. Your crew has the scurvy, Kurt. And they're dying from fear. I must agree, Sailor. And I don't like it one bit. Ach, da müssen wir also dann nochmal wiederkommen. Okay. So. Wir sind jetzt hier nicht Sonnenuntergang. Nein. Okay, dann machen wir mal deinen hier. Moment, ich muss nochmal einmal kurz gucken. Noch in 15 Stunden. Okay. Okay, 15 Stunden noch. Dann hab ich ja noch Zeit. Und er hat hier... Tschüss. ذ Äh, ich will das. Hä? Wieso konnte ich die jetzt nicht annehmen, die Aufgabe? Muss ich dafür jetzt extra, ähm, nach Hause gehen und die dann machen? Oder wie? Ah, keine Ahnung. Aber ich kann jetzt erst mal mit, äh, meinem Cousin reden. Dann habe ich das nämlich auch schon mal erledigt. Und dann, ja, gebe ich das erst mal ab. Ja, gut, er sagte, er kann da nicht selbst hingehen, aber ich kann da ja hingehen. Ähm, kann ich ihnen dann mitnehmen? Äh, mein Cousin! Äh, mein Cousin reden soll, alas, zu stopt die Clash between the forces of the Alliance and Siora's Clan. Wir arrived at the Village and Battlefield too late. The Queen fell. No. I'm extremely sorry for your loss, princess. Thank you. No. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I am certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them. About a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nords? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Hmm. Ich finde das jetzt cool, dass sie jetzt da hingeholt wurde und dass man sich jetzt mit ihr unterhalten konnte. Also, dass sie da einfach dazu geholt wurde. Und nicht einfach so wie bei anderen Spülen, so nach dem Motto, ach, der ist jetzt halt nicht dabei. Und dann, ne, Pech gehabt. Dann erfahren wir halt irgendwie was Interessantes nicht. Ja, wo ist die denn, die Gute? Irgendwo hier. Da. Na. Das Haus kennen wir doch. Nichts, you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. Can I be of service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives called Diddakidnadagais. I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the noughts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. So, if the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? I don't know. I don't know. Inselbewohner, die Insel, ach ja, kann man mal eben fragen. What can you tell me about New Serene? It's a new city whose construction began not long ago. When I arrived five years ago, there was just a port, a fence, and some huts here. The businesses, the barracks of the guard, the palace, and all of the houses sort of sprung up from the ground. To see how impressive it is today, even if it is still far from its majestic mother, is incredible. Of course, with such expanse, all kinds of bandits, drunkards, and other lowlife have arrived. But I'm very proud of it, in spite of everything. I hope that your cousin continues this work. What do you know about this island? Much less than I would like. The land is still wild and extremely rich. Its soils are full of minerals, some of which are unknown to us. With regard to the flora and fauna, you've probably seen how different the creatures and plants are here. The islanders protect their land fiercely, and we cannot begrudge them that. When you see what we have done with our own, well, such a source of richness attracts greed. You seem interested in the islanders. As a matter of fact, I find their culture fascinating, but I can't say I know much about them. They are quite secretive and protect their cult and traditions from the curiosity of strangers. I know that their sages, they call them Donegada, are the guardians of their rituals as well as of the island. They have very strong links with nature and the creatures that inhabit it. They're also good healers. I could talk about them for hours, but you will learn more from the islanders themselves. What can you tell me about the relations we have with other nations? We play a difficult role, caught between these two enemy nations who are nonetheless our allies. The smallest action could tip the balance and draw us into their conflict. If I may offer some advice, be very careful. We do not want to war to break out here. Okay. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was erfahren. Äh, dann gehen wir. So. Das würde ich jetzt aber erstmal nicht mehr weiter verfolgen. Ich würde jetzt erstmal Home gehen. Und da wechseln. Ich verstehe das nicht. Ich kann den Bergtisch verwenden. Gucken wir uns das mal an. Steinbeil. Ach. 82. Boah. Wir können jetzt selber so rumlaufen. Nein. Vielleicht können wir das aber verbessern. Und doch nicht. Wir können hier irgendwas dranhängen. Das ist ja cool. Das sieht so albern aus. Aber naja. Hm. Okay. 8 und 8. Achso, hier ist es schon wieder nicht. Okay, wir können doch nichts machen. Ich kann aber auch nicht... Ich würde das ganz gerne erledigen jetzt hier mit ihm, aber irgendwie will er das nicht. Pass auf, ich nehme mal anstatt ich nehme mich mal Siora mit. Okay, das funktioniert so auch nicht. Ich muss jetzt auch erst mal Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.